Nein, 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 nein! Was alles soll es von diesen Judenschweinen noch ertragen? Ich schlachte meine Männer ab wie fliegen. Kennen Sie schon das neueste Gerücht, das ihr in ihrem angstgetriebenen Wahn verbreitet? Der, der meine Männer mit einem Prügeltor schlägt, der, den man Bärenjude nennt, soll ein Golem sein. Das ist doch Soldatentratsch. Kein Mensch glaubt wirklich, dass der Bärenjude ein Golem ist. Und wenn doch, die schlüpfen uns doch ständig durch die Finger wie Gespenster, die nach Belieben erscheinen und verschwinden können. Sie wollen beweisen, dass sie aus Fleisch und Blut sind? Dann bringen Sie sie mir! Ich werde sie nackt an ihren Füßen am Eiffelturm aufhängen und ihre Leichen in die Kanalisation werfen lassen, dass die Ratten von Paris sich an ihnen mästen! Befehl an alle in Frankreich stationierten deutschen Soldaten. Der jüdische Entartete, bekannt als Bärenjude, ist von jetzt an nie mehr als Bärenjude zu bezeichnen. Ja, mein Hörer, wünschen Sie noch den gefreiten Butz zu sehen? Wer oder was ist ein gefreiter Butz? Der Soldat, den Sie persönlich treffen wollten. Sein Trupp ist in einen Hinterhalt der Juden von Leutnant Reis geraten. Er hat als einziger überlebt. Selbstverständlich will ich ihn sehen. Danke, dass Sie mich erinnern. Schicken Sie ihn rein!